Hallo liebe Zuschauer In diesem Video hören wir zwei Texte über Beruf Hören Sie Beispieltexte Wer macht was beruflich? Anna ist Krankenschwester, Krankenpflegerin Sie arbeitet in einer großen Klinik in München und hat sehr unregelmäßige Arbeitszeiten Manchmal arbeitet sie von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags und manchmal arbeitet sie von 10 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens Das heißt sie arbeitet in Schichten Manchmal hat sie Früh-, Spät- oder Nachtschicht Sie macht auch oft Überstunden Die Arbeit macht ihr Spaß, aber sie ist auch sehr anstrengend Beispiel 2 Jan ist Übersetzer Er arbeitet schon seit 10 Jahren in einem Übersetzungsbüro Er kann viele verschiedene Fremdsprachen, wie zum Beispiel Englisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch Jan mag seinen Beruf sehr Es gefällt ihm aber nicht, dass er so viel am Schreibtisch Sitzen muss Das heißt es ist ein Schreibtisch Das heißt es ist ein Schreibtisch